In einer Reportage wird über einen Sachverhalt, eine Person oder ein Geschehen berichtet. Dabei muss eine Reportage nicht unbedingt sachlich sein, was allein schon deshalb schwierig ist, weil der Reporter direkt mittendrin ist. Deshalb werden Reportagen meist in der Gegenwart erzählt und auch ganz gerne vom Reporter kommentiert. Dieser berichtet oft aus seiner Perspektive, was die fehlende Neutralität natürlich erklärt. Die Tatsache, dass der Reporter mit dabei ist, sorgt dafür, dass eine Reportage interessanter und echter wirkt, eben weil die Person, die sie erzählt, mitten im Geschehen steht. Das sorgt jedoch auch dafür, dass man bei einer Reportage immer besonders kritisch sein sollte, da die Informationen eben unter dem Einfluss der Wahrnehmung des Reporters stehen und damit häufig subjektiv sind. Eine Reportage wird ganz gerne ausgeschmückt mit bildhaften Vergleichen und bedient sich gerne einer einfachen und verständlichen Sprache.